Hi! 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 Meine Lieben mit meiner und willkommen zu einem kleinen Video. Das 300 Abonnenten Special muss ein bisschen warten. Nämlich, äh, das Spiel kommt aus irgendeinem Grund nicht am Wochenende an. Also kommt die Woche nicht an, sondern erst am einundzwanzigsten. Oder? War das der einundzwanzigste? Ich glaub das war der einundzwanzigste. Entweder der einundzwanzigste oder der siebzehnte. Schön wär's. Also, wollt ich nur mal kurz Bescheid sagen? Ja. Und... Achso, nur eine wichtige Sache, was ich sagen will. Let's get's. Noch eine kurze wichtige Sache, die ich sagen wollte. Ähm... Ja. Äh, an alle die was bestätigt haben, bitte möchtet euch bei mir. Äh, in die Kommentare bitte. Äh... Noch nix. Also ich hab gehört, dass einige, was von euch bestätigt haben, das bis jetzt noch nicht auch gekommen ist. Und... Okay. Was noch? Was noch? Was noch? Was noch? Eigentlich war's das schon groß. Bald ein neues Projekt, wie schon gesagt. Dann kommt, äh, 300-Abo-Special-Projekt. Ja, das ist nicht nur ein Video, sondern ein ganzes Projekt. Ich verwöhle euch. Na, das Problem ist, ihr werdet es lieben, wenn ihr sehen wollt, wie ich durchdrehe. Äh... Dann habt ihr's bald geschafft. Endfalls da ich sagen, das war's. Ja, das war's. Das war's fürs Video. Kurz, knackig, fertig. Ich halt's lieber so, weil... Dann schaut sich das wieder keiner an. Weil keiner schaut sich eine Stunde lang nur ein Video an. Und ja, ich weiß, dass es keiner tut. Okay, es gibt schon welche, die was dann. Und dafür bin ich echt dankbar. Ja, das... Und ich weiß auch, wie die Leute heißen. Sondern wenn mich meine 3-4-3-Banden. Jedenfalls da ich sagen... Ähm... Ja, das war's fürs Video. Danke, dass ihr kurz zugekocht habt, die paar Minuten. Äh, ich geh da hier irgendwann mal wieder zurück, die paar Minuten, wenn's geht. Hahaha. Und da ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ciao, Leute! Tschüss.